ja hallo und herzlich willkommen zum heutigen replay vom wz 132 a der phantom l hat hier das ganze eingeschickt kartes malinovka und vielleicht wird sich der eine oder andere denken hoppala heute ist montag und trotzdem world of tanks replay eigentlich ja nicht der heutige tag denn da kommt normalerweise ein random game aber ehrlicherweise ich habe einfach nicht die zeit gehabt was anderes vorzubereiten denn der gestrige zwölf stunden stream hat mich doch einfach sehr 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 stark vereinnahmt daher seid mir bitte nicht sauer dass ihr heute world of tanks mal wiedersehen jetzt schauen wir aber direkt was er hier macht er fährt hier vor zum spotten kriegt auch da gleich die ersten beiden gegner auf nämlich dem panther und den t29 die sollen auch beide deren entsprechend beschossen werden 220 durchschlag hat er normal 248 mit premium also keine gravieren große unterschied aber wenigstens hatte ja schon ein bisschen was machen können ein treffer selbst und hier die erste vernichtung und auch ein bisschen was an spotting also ist schon in ordnung gewesen auch jetzt schöner treff auf panther da gab es noch mal 408 also sieht man wie man hier mit einem light dann da scouten kann geht hier sehr gut man muss nicht immer hier vorne den busch nehmen am wasser also hier praktisch den hier drüben ich mache auf der minimap oder ich zeige es euch hier da der wird ja auch gern genommen nein man kann es auch hier gut machen so der t29 der wurde ordentlich aufs korn genommen daher auch schon ordentlich was an unterstützung da auf seinem konto mit 1300 der panther genauso einen den will man da eben da oben da nicht haben weil er macht die ganze zeit einen von unten auf aber da ist er jetzt mutig den pferd jetzt sofort an und circuit den jetzt schaut nicht mal hin denkt sich alles klar macht der panzer schon er schaut nur nach vorne da macht auch die lorraine auf ihr habt es genau gesehen es war die spieler an sich das heißt er hat gar nicht auf den panther geschaut sondern nur sich darauf fokussiert was ihm da oben eventuell noch entgegen kommen könnte so und hier kommt aber einer mit karacho runter der t54 light der will den wohl so gar nicht da auf seiner stelle haben ist auch kein schlechter spieler zwei gun max drauf aber da denkt dass ich hoppala jetzt mal junge beruhig dich so der a44 aus seinem team hat ihn da beschossen gott sei dank jetzt kein richtig hoher treffer mit 93 aber trotzdem hat dafür gereicht dass der a44 blau geworden ist so er fahrt jetzt hier einfach mal um den berg rum muss man aufpassen dass man hier nicht am schluss baden geht aber macht er alles ganz souverän gar kein problem scheinbar und das gute ist jetzt kann er nämlich hier auf den scorpion g gehen und die lorraine die da zuletzt war beziehungsweise jetzt der ikv der dann noch steht genau den der hatte nämlich gar nicht auf dem zettel wir kommen jetzt da den hit von hinten rein und jetzt geht er auch erst auf so scorpion haut wieder ab das heißt er kann noch mal den ikv und auch wenn zu fünf damage waren aber die kann er rausnehmen hat auch dazwischen noch mal ein bisschen supporting für den scorpion g bekommen dementsprechend knapp 2000 gemacht 2300 unterstützt hinter ihm jetzt der m41 bulldog auf den muss er aufpassen weil er kann ihn da immer böse ins heck schießen er wollte aber unbedingt erst noch mal den scorpion rausnehmen hat es auch schön gemacht kurz hochgelenzt einfach mal den hit abgegeben und wieder runter ohne da selbst was abzubekommen genauso sollte man das machen so man sieht er ist hier im fokus auch die loge schaut in seine richtung weil jeder denkt sich hoppala mein freund du mal nicht und die kochon ist muss man erst mal haben sich hier mit dem autoloader anzulegen lore ist jetzt kein schlechtes ding und man sieht die ist nicht im reload aber rechtzeitig da die lore ausgeschaltet obwohl sie auch den brand ausgelöst hat aber automatischer feuerlöscher sei es sei dank ist nichts schlimmeres passiert das muss er nur stiften gehen denn der superpersching der wollte ihn hier haben schuss ging gott sei dank daneben das war karscharf aber jetzt fährt er wieder hier rum macht man kurz den panzer wieder sauber vom gefecht schmutz sozusagen befreit und fährt jetzt hier zu der seite hoch wo er vorher schon war also spielt hier gut die karte und die wendigkeit auch von seinem panzer aus so der m 41 ja der wollte es da noch nicht so ganz leicht hergehen dementsprechend muss er noch mal ein bisschen sich da um positionieren artis haben sie noch zwei stück die dürften da auch irgendwo so bei a2 in etwa aufploppen das heißt wenn er jetzt rüber fährt sollte eigentlich da recht schnell die zu gesicht bekommen kann natürlich sein dass sie sich umgestellt haben aber nein a2 zumindest m53 noch am start so und jetzt m12 da wollte er den kill hat man schön gesehen wie er abgewartet hat war nämlich sein sechster kill der krieger dachte sich den hole ich mir jetzt so m51 bulldog noch mal so ein hit und das war's für ihn aber er macht es clever er lässt ihn erstmal kommen hat natürlich noch den reload gehabt und der m41 war da einfach zu optimistisch schlacht sich alles klar meine chance und wurde da geholt nicht mit köpfchen sehr viel gier war da am start steier wt wenn er da aufmacht könnte natürlich auch mit he gut beschießen also ein hit braucht also in zwei jetzt braucht damit seiner normalen munition noch mit der he hat es klappen können vielleicht zumindest in etwa weil schaden wären 420 man weiß ja nie wie das rng mitspielt aber es hätte rein rechnerisch klappen können naja sei es drum so hat auf jeden fall zwei gebraucht auch die haben aber gut funktioniert und jetzt noch der super pershing der ihn ja vor zuvor gejagt hat der noch irgendwo am start ist auf jeden fall war das jetzt ein achterkrieger also die red levolters die nimmt ihn gar keiner mehr weg oder super pershing der ist noch recht voll aber der bekommt jetzt erstmal von dem anderen super pershing besucht und dementsprechend hat er da zeit gehabt erstmal ein hit raus zu ballern so arti unterstützt ihn super pershing schießt rüber seine chance nochmal für den nächsten hit schön eingeaimt genauso perfekt er kann ja von kaum jemand hilfe erwarten aber auch hier super pershing wieder drüber auto elm und jetzt hat auch den zerstört und plötzlich wird auch die pools noch möglich braucht jetzt noch einen kill nur noch der tgp steht ihm und seiner medaille im weg und der t6 und der g4 schreibt auch gg to pool aber noch hat er sie nicht einen braucht er noch wir sehen neun stück hat er der jagd panther oder die artis könnten ihn natürlich noch wegnehmen aber auch die eine arti der gb panther schreibt let dem wz kill weil natürlich auch die sagen junge hallo neun kills gut gespielt bring es nach hause hol dir deine medaille freund jagd panther soll spotten zumindest ist es der wunsch aber macht er nicht der denkt sich ich stehe hier ich bin eine deutsche eiche ich wurde mal hier hingestellt hier bleibe ich so und jetzt geht er auf tgp ist auf seiner seite das kann er natürlich jetzt ausnutzen so verbündete hat er den jagd panther rausgenommen das heißt jetzt hat er die chance den tgp zu farmen denn das war die falsche arti so gesehen die andere arti hat schon geschrieben hier holt ihr die pools also das heißt jetzt sollte er gar keinen mehr haben der in den kill klaut und jetzt hat er hier die möglichkeit und er macht es eiskalt sehr schöne runde gefahren da hat er es mal richtig nach hause geholt mit 5494 schaden 2472 unterstützt und einfach zehn kills so sollte eigentlich jede runde ablaufen weil dann macht es einem persönlich am meisten spaß ja ich hoffe es hat euch spaß gemacht zum zuschauen ihr wisst wie immer ich würde mich sehr freuen über alles was ihr mir geben könnt bis zum nächsten mal euer heike ramba ja j chart content wel